Wo ist denn die Recherin? Ah ja. Ja. Das war aber ein Schurken. Die halten aber ordentlich aus, ne? Und eine Ruhmkiste. Was ist denn? Jawohl, so sieht's aus, so sieht's aus. Ach so, das ist für die Heilung eines anderen. So, wir können ja mal so ein paar Band hier nutzen, ne? Warum noch nicht? So, da fahren wir sie ja. Was soll diese Speer eigentlich umbringen? Dann pull auf was, okay. Gleich eröffne ich noch nicht. Kampfer. Falsch. Jetzt müssen wir hier nochmal ein Lager verwalten. Töte Hauptmann Krasos. Hauptmann Krasos, der Krasse. Was ist da denn der Hauptmann Krasos? Ein einzelner Kriegerbaum, oder? Was ist denn da rum? Da können wir doch. Ein Krieger ist direkt ersetzt worden. Ach, also rum ins Lager darf man auch noch rein. Na dann, werden wir uns mal da in den Weg machen. Ich hab dir den Rest gegeben. Wie können wir eigentlich hier mal... Guck mal, wer hat das benutzt? Guck mal, wer hat das benutzt? Das ist auch von Krasos. Gibt's die Möglichkeit zu spotten? Oder nicht hier unbedingt alle... ...angreifen zu müssen? Natürlich nicht. Wenn meine kleine Penner wird mir gleich vor auf den Senkel gehen. Kann ich mir hier so ein? Schnell, bevor der wieder respawn stirbt. Ich will jetzt erstmal nur schnell hinter die... Na! Fast schief gegangen. Das haben Boote. Ist jetzt überhaupt der Richtige hier? Hä? Töter Hauptmann krass aus. Was war anders? Scheiße, voll falsch hier. Sorry guys. Geht weg. Der läuft da die Straße entlang. Einfach mal auf der Karte gucken, Thomas. Mann, 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 Mann. Sollen wir dir vielleicht noch einen Pfeil drüber malen? So, krass, das ist tot. Und abgehauen. Jetzt darf er bestimmt trotzdem in die Base rein, ne? Hm. Okay. Vergiss, was ich gesagt hab. Der Krass ist dann da. Schön. Schön. Es geht voran im Level. 16 sind wir ja schon mittlerweile. Kann ich dir helfen? Hallo. Ich hätt gern ein neues Unterhemd. Äh, doch. Ewig gut besser. Töte Parvik. Oh, das war aber jetzt der da oben, oder? Nein. Nein. Ah, Schwarz-Kurwerks besonders haben wir auch schon gesehen soweit. Okay, erstmal mein neues Nachttipp anziehen. Puh, jetzt wird's langsam eng. Ich fress jetzt mal hier so ne Diätpamme. Wow. Damit ich mich mal jetzt hier voll aufladen kann. So. Wow. Schön. Schön, schön, schön. In der nächsten City erstmal auf jeden Fall Ramsch verkaufen ohne Ende. Hm. Oder mal ne Rune aufbraucht. Egal. So, gut. Wenn wir mal den Pulverfessern spielen. Die haben wir ja schon tatsächlich gesehen. Was war die hier? Okay. Klatsch. Haben wir hoch. Jetzt müssen wir auf Pulverich. Der ist da oben und der Bote auch. Na klar. Okay. Wir laufen da aus, Remien. Können die vielleicht doch alle da oben sparen? Ja komm, das wollen wir fast damit nehmen, auch noch mit. Geile Reichweite. Gefällt mir. So, erstmal machen wir den Krieger da hinten weg, der drückt so zwischendurch auf die Eier. So, und als erstes, wir nehmen als erstes, ich wahrscheinlich nur einen erstmal ziehen, nicht beide. Hallo? Pff, haben wir euch den da hinten? Nichts, wir machen Vitalität. Aber können wir beide wieder aber auch nicht haben? Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt. So, jetzt auch Vollbrick. Boah, Alter, der Spawn, der Respawn ist manchmal echt ein bisschen sehr brutal. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts vermisse hier. Aber, oh, sieht gut aus. Abgang. Ich lebe. Und tschüss. Ihr Pfarrer Saga. Muhahaha. Ähm. Joa. Coole Sache. Ach, es gibt also auch einen ausgerufenen Zustand, sich hier unten gerade an den EP-Balken. Cool, cool. So, wo krass ist. Der krasse. Wumms, wumms, wumms. So, Kinders, da bin ich wieder. Kann ich dir helfen? Na klar. Dafür gab es jetzt Armschmuck. Das ist natürlich besser. Ich helfe gern, wenn ich kann. So, unten nochmal eine Vorratskiste. So, es geht. Die Reise geht weiter. Gut. Eine Vorratskiste. Sehr schön. Äh, wo müssen wir hin? Da ist er. Zeichen der Tapakheit. Kämpft auf dem Schlachtfeld. Achso, da sprich mit Hirat. Eins. Äh. Zieht man irgendwo die Eins? Äh, wir können einfach mal die Richtung reiten. Wir werden schon irgendwo ankommen. Ach, ich glaube wir müssen in ein anderes Gebiet. Deswegen. Mal gucken wo. Wahrscheinlich hier bei, bei Scholkau durch. Alles gut, wenn wir durch die City kommen, dann können wir dann auch gleich nochmal ein wenig verkäufen. So, ich bin ja eine ganze Menge unterwegs, also mal so luftelementar. Schwebt da freudig, wenn wir sich hin. Schlimm ist Scholkau, oder? Sieht mir doch aus. Okay. Hallo. Ich bin jung, dynamisch und will Dinge verkaufen. Äh, an dich. Oh, hallo. Hi. So, du kaufst das. 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 Und das. Äh, wir sind ja schon dabei. Was ist das? Was kommt später? Was ist das denn eigentlich? Erhält drei Ninjutsägen und drei Edmusägen. Dickes Jagdzeit. Okay. Heilungsschriftrolle F. Das ist ja für alle Gruppenmitglieder. Gruppenmitglieder, wa? Die G können wir nochmal alle verkaufen. Wenn das die F ist. Wo ist denn hier meine G-Schrift rollen? Da hab ich gar keine mehr, wa? Ja. So macht das Sinn. Ähm. Ja, Segen. Verbrauchseiten. Okay. Ey, wir haben so viel Zeugs. Das ist unglaublich. Ich will die ganzen Runde aber jetzt auch nicht alle verknallen. Die könnten ja wichtig sein. Runde Level 2. Runde Level 2. Runde Level 3. Runde Level 2. Runde Level 2. Kann auch nicht zusammen passen. Runde Level 2 ist auch noch was. In allem Farbe. Ist blau. Okay. Wird wahrscheinlich höherwertig sein. Wird schon? Haa. Ach wunderschön. Irgendwie wird das schon. So. Dann werden wir mal weiter. Dem Ziel entgegen. Ich muss mich auch irgendwann mal um die ganzen Berufe kümmern. Fällt mir halt immer so ein. Tal der Ruinen. Hinein. Und da sind wir schon. Und da ist auch Hirat. Oh, hier sitzt er aber schon wirklich schon trostloser. Aber auch eine wunderschöne Musik. Genießen wir den Tag in vollen Zügen. Könnte der Letzter sein, oder? Versteh schon. Gut, Echsen killen. Jawoll. Mach mal. Hier, guck mal. Bam! Vielleicht wäre das hier mal gut, so ein bisschen Feuerwiderstand zu haben, oder? Alter, die halten aber auch echt aus. Oh, oh. Sowas sollte ich vielleicht mal in Zukunft auch lernen zu unterbrechen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.